Hi, willkommen zurück. Ich habe so eine geniale Frage bekommen, die möchte ich jetzt beantworten. Und die Frage war, ich kann nicht verstehen, kannst du mir bitte erklären, wie kann ich mein Herz öffnen? Ich höre die ganze Zeit von Herzensöffnung ist so wichtig und ich bin auf der Suche, ich bin auf meinem spirituellen Weg, aber ich verstehe das nicht mit der Herzöffnung. Wie kriege ich denn das mir hin? Und vielleicht ist es auch etwas, das du dich gefragt hast. Es ist eine super Frage, denn sie impliziert, dass es verstandesmäßig möglich ist, ein Konzept zu erarbeiten, das sich dann auf die Herzöffnung anwenden kann. Und ja, es gibt Praktiken, die unterstützen können, unser Herz zu öffnen, zum Beispiel, wenn wir in die Stille gehen oder wenn wir in die Natur gehen, wenn wir ruhig werden in uns selbst und mehr uns selbst wahrnehmen können und eben auch das größere Feld um uns herum. Aber das sind nur Praktiken, Übungen. Letztendlich ist die Herzöffnung nichts, das wir durch ein konzeptionelles Verständnis herbeiführen können. Das heißt, es ist nicht so, und es ist mit ganz vielen spirituellen Aspekten, also im Grunde mit der gesamten spirituellen Suche, auf der so die meisten sind, ist das etwas Fundamentales, dass viele sich mit unglaublich viel spirituellen Themen auseinandersetzen. Sie lesen Jahr ein Jahr aus, viele Texte, viele Bücher, sie haben auch schon ganz viel verstanden, konzeptionell, mental, sagen aber, ich fühle es nicht, ich kann es nicht erleben, ich habe das verstanden, ich weiß, wir sind alles eins, ich weiß, wir sind ewige Seelen, ich weiß, es gibt mehr als das hier, ich weiß, ich kreiere meine Realität, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich fühle mich nicht so. Theoretisch macht das alles Sinn und ich glaube das auch, also ich sehe das auch so, aber ich erlebe mich in meinem Leben nicht so. Ich erlebe mich in meinem Sein nicht so. Es gibt gute Gründe, warum Menschen in ihrer Lebensgeschichte irgendwann damit beginnen, ihre Herzen zu verschließen. Irgendwann damit beginnen, sich selber von ihrer Herzenergie zu entfernen, zu trennen, abzuschneiden und diese nicht mehr so wahrzunehmen. Und wir alle können uns vorstellen, warum das ist. Ja, das ist ein Selbstschutzmechanismus. Wenn ich ein offenes Herz habe, bin ich natürlich verletzbarer. Bin ich offen auch für Verletzungen, nicht nur für das Schöne, was so da ist und für das Wundervolle und für das das Glück beschert, sondern auch für das Gegenteil. Ja, so ist das. Solange ich noch mit der Ich-Identifikation zu tun habe und nicht bewusst meine Schöpferkraft einsetze, um meine Lebenserfahrungen hier zu kreieren, dann bin ich da noch sehr, sehr offen für Verletzungen, die geschehen können. Und da das oft auch in der Kindheit und im frühen Lebensstadium geschieht, macht es total Sinn, dass wir dann sagen, es ist für mich gesünder, es ist für mich besser. Ich halte das, was in meinem Herzen da so ist, ich halte mich, mein Bewusstsein, meine Gedankenwelt, mein Ich, da von fern, das tut weniger weh, das ist weniger schwer, das lässt mich stärker fühlen, mich sicherer fühlen. Und wenn wir dann aber im Laufe des Lebens erkennen, okay, wir sind mehr und wir beginnen tatsächlich unseren Horizont zu erweitern und begeben uns auf die Suche, auf die Sinnsuche, auf die spirituelle Suche, auf unsere Reise, irgendwann werden wir mit dieser Thematik des Herzens konfrontiert. Und wenn wir aber jahrelang das ausgegrenzt haben, vielleicht weil es auch in der Familiengeschichte eine Thematik war, die eher unter den Tisch gefallen ist, wo auch vielleicht in der Familie kultiviert wurde, dass der Verstand eine sehr zentrale Rolle hat und dass die Vernunft über allem steht und der Intellekt und alles andere wie Gefühle, Herzensdinge, die sind nur im Weg, das ist Gefühlsdoselei, das ist auch nicht real und das stört nur im Weg. Ja, oft sind es auch Programmierungen wie diese, die dann Menschen dazu bringen, eben auch ihre Gefühlswelt in den Hintergrund zu stellen. Aber die gute Nachricht ist, sie sind nicht weg. Deine Emotionen, also das, was im Herzen ist, ist nicht weg. Es ist alles noch da. Und wenn du sagst, naja, aber das, was da ist, wenn ich das tatsächlich zulassen würde, weil das sind oft die unbewussten Ängste, warum Menschen, die solche Fragen stellen, sagen, ich komme nicht da an mein Herz ran oder an die Herzöffnung, weil sie unbewusst wissen, das, was da drin ist, ist noch nicht gesehen, ist noch nicht verarbeitet, ist noch nicht geheilt. Und wenn ich da hinschaue, wenn ich da die Tür öffne, dann finde ich da vielleicht Schmerz, dann finde ich da vielleicht Dinge, die ich nicht, wo ich noch nicht weiß, kann ich mit denen umgehen, weil ich es vielleicht nie gelernt habe. Und deshalb ist der erste Schritt, du darfst absolut erst mal dich selber so nehmen, wie du bist, wenn du sagst, jetzt noch mit diesem Gefühl von verschlossenem Herzen. Also da ist nichts falsch, nichts, das da anders sein muss. Du stehst genau am richtigen Punkt. Und wenn du aber sagst, mich zieht es aber irgendwie in das, wovon andere sprechen. Ich möchte gern einen gewissen Grad der Herzöffnung erreichen, um auch andere Erlebnisse zugänglich zu haben, anderes Ich-Gefühl zugänglich zu haben, also mein wahres Ich, wer bin ich denn wirklich, dann kannst du das Schritt für Schritt angehen. Aber das Erste ist, dass du akzeptierst und dass du in Ordnung findest, wo du gerade stehst. Dann das Zweite, wenn es dich da hinzieht, zu sagen, dieses Thema Herzöffnung beschäftigt mich und vielleicht ist das, was ich da finde, herausfordernd erst mal, aber genauso wie ich akzeptiere, dass es gute Gründe gab, warum ich diese Kammer erst mal verschlossen habe, genauso werde ich akzeptieren können, alles, was darin liegt. Denn Ich als wahres Ich, als höheres Bewusstsein, ich verstehe mich ja, ich verstehe, ich weiß auch schon, was da drin ist. Nur meine Ich-Identität, mein Ego weiß das nicht oder tut so, als wüsste es das nicht, hat vage Vorstellungen, vage Ängste, diese Herausforderungen da anzugehen. Du als du, als Seelen selbst, du weißt bereits, was da drin ist und du weißt, dass das alles in Ordnung ist und du weißt auch, wie du das heilen kannst. Diese Heilung besteht darin, dass du es integrierst, dass du es annimmst, dass du es lieb hast. Jede einzelne Verletzung, jeder einzelne Grund, der da in diesem Herzen liegt, weshalb es gerade noch verschlossen ist. Du bist absolut fähig, das zu nehmen und es zu halten und es gut werden zu lassen, sodass dieses Herz auch geöffnet werden kann und offen bleiben darf. Das bedeutet, es muss dann die Bereitschaft da sein, zu fühlen. Und das kann schrittweise geschehen. Du musst dich da nicht reinstürzen, gleich ins kalte Wasser. Schrittweise. Aber ja, es bedeutet, dass du wieder dir selber zugestehst, deinen Empfindungen nachzugehen, ihnen Raum zu geben, in egal welcher Thematik und ihnen ihren Platz auch einzuräumen. Denn diese Empfindungen, das Herz, ist viel weiser als der Verstand es jemals sein kann. Denn der Verstand ist Teil unserer Persönlichkeit, unserer Ich-Identität, ist wie ein Computer. Ja, unser Herz ist die Verbindung zum Kosmos, zum Universum, zur universellen Intelligenz, zum Ursprung, zur Quelle, zu unserem wahren Sein und zur Essenz von allem. Das bedeutet, auch nur über diesen Herzraum können wir überhaupt in unser wahres Sein kommen. Mit dem Intellekt ist das nicht zu schaffen. Das geht nicht. So gerne intellektuelle Suchende das auch hätten. Aber es kommt immer an die Grenze von jetzt muss es erlebbar, erfahrbar sein. Und zwar nicht geistig, mental, intellektuell, sondern mit dem Herzen. Und dieses Wort Herz hat immer so diese Konnotation von etwas sehr Lieblichem. Also es wird ja auch ständig benutzt zu allen möglichen Zwecken. Ja, es hat was von kitschig, es hat was von romantisch. Das ist es aber nicht. Es geht um das Energiezentrum Herz, also um das Herzchakra. Denn wir haben ja unterschiedliche Energiezentren, die unterschiedlich blockiert oder frei sind. Und jetzt geht es eigentlich darum, eine Blockade zu lösen im Herzchakra. Das ist die Aufgabe. Diese Herzöffnung ist nichts anderes, als das Energiezentrum, das grüne Herzchakra, da die Blockaden zu lösen. Und das geht aber nur, wenn die unteren drei Energiezentren, also Rot, Orange und Gelb, die so mit dem Überleben, mit den Basics zu tun haben, mit der Persönlichkeit, Ich-Identität, mit der Erfahrung der eigenen Wirksamkeit, Power und so weiter, mit der Verwurzelung hier, mit den Überlebenstrieben und so. Wenn es da gut fließt, kann es aufsteigen in das Herzchakra. Wenn da unten Blockaden sind, zum Beispiel im Themenbereich Beziehungen, im Themenbereich sich sicher fühlen in der Welt, vielleicht aufgrund der Familiensituation, im Themenbereich überhaupt sich sicher fühlen, in materiellen Aspekten, im Themenbereich Ängste, Scham, Schuld. Das sind alles Themenbereiche, die weiter unten angesiedelt sind, in den unteren Chakren. Das heißt, wenn da Blockaden sind, kann es im Herzen nicht frei fließen. Das bedeutet tatsächlich, es muss eine Zusage von dir geben. Es muss ein absolutes Ja geben von dir. Ich möchte mein Herz, dieses Feld der Weisheit, dieses Feld der Liebe, das möchte ich zum Ausdruck kommen lassen. Das möchte ich wahrnehmen und mit dem möchte ich mehr leben. Und schon dieses Ja bewirkt, dass dein Höheres Selbst oder wie auch immer du es nennen willst, das Universum, reagiert und dir dabei hilft. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Und irgendwann haben wir alle freie Energiezentren, offene Herzchakren und ein Verständnis und ein Erleben davon, wer und was wir wirklich sind. Irgendwann kommen wir da alle an. Wir haben ja die Ewigkeit dazu. Wir befinden uns auf einem ewigen Weg und diese Inkarnation ist ein kleiner Teil davon. Und wir dürfen das so verbringen, wie wir möchten. Und wenn du sagst, ich bin da auf der Suche und ich bin auch bereit, ich spüre das, dass ich wieder mein Herz öffnen möchte, dass ich wieder spüren möchte, was das Leben ist, was ich bin, dass ich wieder fühlen möchte, wie es ist, verbunden zu sein. Denn wir wissen oder die meisten wissen oder viele wissen oder ein paar wissen, alles ist eins und alles ist miteinander verbunden. Nur das Erleben haben ganz wenige, weil die meisten sich einfach mit ihrer Persönlichkeit identifizieren und sagen, ich bin ich, du bist du, du bist komplett anders als ich und da, ich bin ganz und gar nicht du. Letztendlich gibt es nur das eine. Alles ist eins. Es gibt nichts anderes. Aber um das zu erleben, um die Verbindung zu allem und das bedeutet wirklich, die Liebe zu allem zu erleben und die Liebe, diesen Lichtpunkt in allem zu sehen, der die Essenz von der Quelle ist, der in allem, egal wie verpackt es auch in Negativität und in Trennung vom Allsein zu sein scheint, egal, also wie, sagen wir mal, wie negativ die Person auch zu sein scheint, wie aggressiv, wie bösartig, selbst in dieser Person strahlt irgendwo diese kleine, ich sage jetzt mal klein, göttliche Funke. Und im Erkennen, alles ist eins, dann ist das Licht im Anderen das Gleiche wie das Licht in mir. Und dann können wir durchschauen, hindurch, durch die Fassade, durch die Persönlichkeit, durch die Illusion der Getrenntheit und können uns durch diese Wahrnehmung des Lichts im Anderen verbunden fühlen. Aber es ist eben ein verbunden fühlen, auch mit der Welt, mit der Natur, mit den Tieren, mit anderen Menschen, mit uns selbst, mit dem göttlichen Universum, wie auch immer du es nennst. Und diese Verbindung oder Verbundenheit, die können wir nur fühlen. Klar können wir intellektuell sagen, ja, ich verstehe, sie ist da. Aber das macht es noch nicht erlebbar. Erlebbar heißt fühlen. Und das können wir nur mit unserem Herzraum. Und es ist wunderbar, wenn du auch auf diesem Weg bist. Und wenn du vielleicht bisher gesagt hast, da habe ich mich jetzt noch nicht so herangewagt. Ja, ich verstehe jetzt, ich kann es mit dem Verstand nicht hinkriegen, mein Herz zu öffnen. Ich weiß, dazu muss ich faktisch den Schritt gehen, mein Herz zu öffnen. Und dafür braucht es meinen Mut, da hinzugehen, aber eben auch das Wissen, die Gewissheit, ich kann mit allem, was da drin ist, umgehen, denn ich verstehe ja alles. Und was in meinem Herzen ist, das braucht Liebe, das braucht Annahme, das braucht Mitgefühl, Akzeptanz, Verständnis und Segen. Und ja, ich, ich kann das diesen Aspekten geben. Ich bin dazu in der Lage. Okay, lass mich wissen, ob das für dich hilfreich ist. Ich wünsche uns für heute einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.